hallo und willkommen zu 22 mein persönliches neugierigstes tütchen sage ich mal auf das bin ich wirklich am gespanntsten das ist ein aufsteller oder ein sticker das sieht wieder nach sticker aus die rückseite klebt kann man vielleicht auch eine tür oder ein fenster kleben und hier die steinchen dazu die finde ich cool und die und hier sind noch ein paar sonder steinchen rausgefallen morgen ist der 23 siehst du dann noch ein einziges dann haben wir es geschafft bis morgen in Bis zum nächsten Mal.